Hallo Leute, willkommen zu unserem weiteren Let's Play von, was spielen wir hier? Ruhescape, genau. Ja, wir spielen hier mittlerweile so viele Spiele. Wer kämpft denn da? Sind wir das? Nee, ne? Nein, nein. Ja, wir sind ja mal wieder zu zweit. Meine Freundin ist auch da. Sag mal was? Ja klar, gestern hast du mich auch als Kerl dargestellt, also dachte ich, stell dich heute als Mädchen vor. Du Narusama. Das stimmt wegen Narus, geht eigentlich. Also jetzt sind wir quitt. Ich würde sagen, wir machen genau da weiter, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Warte, 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 ich möchte noch einen tollen, äh, äh, Schlüssel-Taggen, die... Ja, dann, 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 mach er. Bah, he, he, tot. Gut, okay. Als ich gucke noch, ob er aufnimmt, er nimmt er auf. Ach, ich hab' anbekommen. Ja, dann, her damit. Willst du die Beinlinge haben? Ne, ne, ich möchte den Rock behalten. Ja, dann nicht. Oh, 3000 kostet's. So. Hä? Nicht abbrechen. Ops. Ja, ich bin mit der Maus drauf. Sorry. Ja, schön. Willst du noch einmal, auch einmal Dingsspezial-Taggung sind, Roller-Machen-Schnell-Tag vor der Typ, die gilt? Obwohl... Okay, mach, wenn du willst. Ja, das ist ja sowieso tot. Okay, äh, folgen, alles klar. Na dann. Wir ändern dann. Was? Machen wir weiter mit den Quests? Ach, ja. Und zwar, äh, ne, weit aufen. Das war noch vier. Ich glaube, jetzt müssen wir die Tüten zum Kotzen bringen. Ja, lecker. No joke. Ja, wir müssen jetzt hier mit den ansprechen, den Typen. Der hier, ja, okay. Ja. Hä? Hä? Excuse me, mate. Oder warte mal, ich guck mal, was wir hier machen müssen. Beginn nicht. Sprich mit Ruth Wilder. Beginn, das Ruth Wilder. Beginn, das nächste Kapitel steht bei mir. Aber wer ist Ruth, da? Ich weiß es nicht. Ich hatte auch vorhin noch Punkte auf dem Boden, aber... Ja, ich auch, aber was mit denen passiert ist, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Punkt, äh... Das ist nicht die... Mit, was steht bei dir, mit wem sind wir, ach, ich hab... Ich weiß, wo folgt mir, ich weiß, wo... Ja, gut. Ich hab, ich hab die Punkte jetzt wieder aktiviert. Ja, hallo. Kleiner Leck. Ja, hier mit dem Typen an den Pfosten. Dieser Vollpfosten, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Ah, ne, das ist ein Vibe. Trotzdem vollpfosten. Willkommen in der Pfosten. Ich sehe, dass du bist zufrieden. Ja. So. Wir stehlen einen pralischen Händler um sein Geld. Aber müssen wir jetzt was klauen, ja? Ja. Tja, da haben wir doch jeder Übung drin. Ja, natürlich, klar. Ja, den Typen in Blaubach befehlen. Also, rechtsklick auf Best... Oh, der auf mich. So, direkt nochmal versuchen. So, hab's geschafft. Den beklauen? Ja, einfach beklauen, den Typen in Blau. Äh. Ja, hallo. Warte mal. Den Typen in Blau. Ja, der hier ganz in drum läuft. Pral. Wie heißt der? Ja, der hier rumläuft. Pralischer Händler. Ah, ja, hier. Bestehen. So, jetzt müssen wir hier mit den Typen reden. Oh Gott, ey. Boah, es rückelt richtig. Liegt vielleicht am Hochladen, aber... Äh, ja, wahrscheinlich. Aber ich muss mich nicht davon stürzen. Aber ich muss mich nicht davon stürzen. Aber ich muss mich nicht davon stürzen. Ähm... Warte mal. Benötigte Gegenstände. Ja. Ein Topf, eine Kartoffel, ein Rohr. Rips, Getreide und Angelköder. Belohnung, was kriegen wir? Ja, nehm ich mal. Ja, ist ja gut. Boah, was will der mir hier erzählen? Roman oder was? Ja, sieht so aus. Upstairs. Hast du die Sachen schon? Oder wir können sie einfach für frei machen. Äh, die was? Äh, eins bis vier. Erzählen Sie mir etwas. Ich muss wieder los. Was soll ich nochmal genau machen? Nee. Äh. Okay, see you about. Okay, gut. Ich hab zwei Pfeile. Ich geh mal erst zum ersten hier, rechts. Ja, ja, ich geh auch mal zum Pfeil. Wenn ich einen Troll sehe, krieg ich dann direkt mal eine Spezialattacke ab. Wieso leuchten, hab ich jetzt die, ähm... Ja, hier wo die, äh, in vier Ecken, da musst du das besorgen, alles. Ach so. Okay, hier bei den, bei den Trollen muss ich den Angelköder nehmen. So, das wäre schon mal geschafft, der Angelköder. Dann hier das Getreide, leider. So, dann folgen wir mal den Pfeilchen. Boah, okay. Ich möchte nicht mehr quälen. Ich möchte, also ich mag dieses Tutorial-Scheiß nicht. Was soll ich denn hier machen? Oh, hier macht ihr den Köder daneben. Da sind Köder. Ach, da. So, das rein. Das rein. Dann muss ich hier die Hebelchen, Bedienchen, Chem. Ja, okay. Ah, zum Glück gibt's hier noch einen Topf. So, ich hab schon mal das madiges Mehl. Ich spart's kurz auf dich. Ja. Und geh auf Trollenjagd. Ich glaub, hier gibt's keine mehr. Hallo. Was soll ich hier machen? Alles in Füllschachtung. Oh, hier ist sogar ein Troll. Ja, ähm, ich hab jetzt hier irgendwie, ähm, also ich, ich bin jetzt hier, ähm, keine Ahnung, irgendwo die Treppen hier hoch. Und Füllschacht, was soll ich da rein tun? Das Getreide? Ja, und den Köder. Und dann sind da, musst du die Hebel bezätigen. Ah, ja. Okay, aber ich hab nichts, wo ich das rein tun kann. Naja, okay, gehen wir mal gucken. Ich bestehre die ganze Zeit so einen Typen, der abgelenkt ist mit einem anderen Typen, der da bestehlt. Also jetzt musst du den Topf da, der da auf diesem Tisch steht, da. Hab ich, hab ich. Und alles. Jetzt hast du ein mehliges Mehl, ne? Ne, madiges. Ja, madiges Mehl. Einfach Mehl. Fertig. Muss ich denen das jetzt wiedergeben? Äh, einfach mit dem Typen reden, glaub ich. So. War viel Aufwand zu doll. Brauch mir einen rohen Flusskrebs, ich will, dass sie einen besorgen. Das wird böse enden. Okay. 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 See you about. Ja, okay. 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 Hallo. Ja. Na, ich meine hier das ruckelt so. Achso. Ja, ich kann nicht mehr rennen, ich muss mich kurz ausruhen. Und dabei lese ich eine schöne Zeitung. La, 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 la. Oh, Obama ist Präsident geworden. Wie als dieses Zeitung denn. Ah, das reicht. Schön Kartoffelis ernten. Yay. Pflanzenkunde ist eins der schwersten zum Trainieren. Ja. Ja. Ich bin level up bei Pflanzenkunde. HGW? Ringelblumen oder so. So, jetzt zurück zu den Typen. Und mir anhören, ob er mit mir reden will und er einfach als Kalt ignorieren will. Ach, der braucht Kartoffeln jetzt sogar. Okay. Well, I say okay. Okay. See you about. Bei Sarah Domino. Tja, zu Sarah Domino alles kommt, wie ganz, ganz, ganz später. Wo gehst du? Nein. Du gehst in die falsche Richtung. Mein Freund, zurück. Was ist los? Wieso geht der? Hä? Ich glaube, der Weg war schon richtig. Ich habe schon wieder einen Black Screen. Ich mache mal, ich stoppe mal kurz, also ich mache Pause und komme wieder rein. Ist okay. So, da bin ich jetzt wieder hier, mal gucken. Okay, äh, kann man, warte mal, Karte oder so, gibt's das hier? Ja, äh, neben Karte siehst du die kleinen Erdzeichen. Das ist direkt bei der Fahnenhauspolitik hat, wenn gemacht, dass dahin muss, so. So weit ist das nicht. Ja, aber, weil die ist irgendwie hier über die Berge gerannt oder so, keine Ahnung. Wie, äh, widerwillig schiebt, die arme unschuldige Kartoffeln in den Bau und Holz, die dreckige Stinkende, ergebens wieder heraus. Ja. Lecker. Ist einer mal noch Obbys. So jetzt muss Schmiedel zurück zu den typischen Passivkopfdisch. Das ist direkt da, wo die Kartoffeln gemacht hat. Ja, sie ist ja auch der Karriere. Ja, weil dies irgendwie hier über die Berge weiß. Aber es ist ja auch egal. Wie heißt Sturmklingumwurf. Also den Umhang muss Schmier merken, der ist recht neu. Was, das ist ein groß, bestes Fleisch? Jetzt bezielt es, es brauchen. Du kannst in diesem Feld nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich glaube, hier kann man jagen. Ja, dann geht's weiter. Renn mal. Ja, ich musste das ein bisschen aufladen, weil das, äh, jetzt kann ich wieder rennen, es war leer. Es war leer, leer, leer. Uh, der hat ein geiles Schwert, der Typ hier. Das möchte ich auch haben. Das Kourasi-Schwert. Oder? Ja, so hieß das. Das ist richtig nice. Ich weiß nicht, warum gesteckt hier ist. So, was will ich jetzt? Warte. So, ich soll mit dem, warte mal. So, mit dem Jahr, äh, alles, die Schale tun. Ja, was heißt alles? Und dann schön gekochen. Ja, hier die Kartoffel und Flusskrebs in die Schale. Und dann hier am Herkauf. Flusskrebs habe ich ihm schon gegeben. Nein, die haste im Inventar, den grünlichen. Ich habe jetzt, äh, furchter, furchtbarer Kuchen. Ja, und jetzt hier kochen. Damit der nicht mal roh ist. Er stinkt ersetlich. Entsätzlich, meine ich. Nicht mit den Typen reden. Den Kuchen auf dieses Härte. Ja, ja, ich weiß, ja, ja, aber du standst da. Ich habe es zweimal versucht und du sagst dir, oh, nichts kann passieren, nichts passiert oder so. Oder nichts Interessantes passiert. So. Den Ruxer kriege ich nie wieder sauber. Ja, das stimmt. Nämlich, einer der Händler, die von Rolo gehören, heißt Pierre, der, okay, treibt sich in der Nähe der Mühle rum. Er hat einfach, aber gewürzt, bla 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 bla. Ach so, einfach. Einfach den Typen, wie uns im Beklang. Easy, easy. Je ganz unten. Bei der Mühle, der ist rot gekleidet diesmal. Der rot, Mila. Ist direkt, der sieht aus wie... äh, benutzen mit dem Kuchen. So. Der Kuchen ist fertig. Jetzt zurück zu den Typen. Cool, als ich denke. Den Gewürz jetzt auf den Kuchen? Also das Gewürz auf den Kuchen? Ja, und dann musst du wieder zurück in die Tavernen und dann die Treppe hoch. Oh, okay. Ja, und dann... Und dann ist dieser fetter Typ. Und glaub mir, der ist wirklich fett. Aber warte, dafür muss ich aber den Toner machen. Äh, weil ich möchte das hören. Oh, Gott, nein. Was macht der denn? Kotzen. Das hört sich hammer nice an. Oh, Gott, nein. So wie bei Silent Hill 2? Eddie auf der Toilette? Ja. Oh, nein, ey. Bitte nicht so eklig. Ich hasse sowas. Ja, ich hoffe, es schmeckt ihm lecker. Boah. Ja, ja. Hör auf zu heilen. Boah, es war für den Kuchenland. Ich hätte sagt, als ob du noch Dienst hättest. Pingelig wärst. Wie nennt sich das denn? Flusskrebs nach Gammler Art? Ich hab Pomme the Cabot genannt. Ist eigentlich egal, wie du es nennst. Weichkrusten-Magenfüller. Ich nimm Weichkrusten-Magenfüller. Okay. Es ist eine squiszy, Krustbillifuller. Fünf, vier, drei, zwei, ein. Ich muss tun, dass ich nicht mehr... Oh, je, oh, je. Ach, das gibt es Pie. Ach, du. Chorteffekte werden ab hier nur noch schlimmer. Ich habe Nerven aus Drahtzeilen, ich will alles hören. Jetzt bin ich auf deinem Weg, ihr jubberes Fassel. Eine schweifte, krasse Blödsinn-Furreie. Wir sehen, wie es so aussieht. Ich will es hören. Ich finde es witzig. Ich bin ein Sadist durch und durch. Oh Gott, klingt wie der Name des Kuchens, ja sauber. Oh, nett. Ist das weg? Geht das noch weiter? Ich habe es gesehen, ich habe alles gesehen. Was haben sie gesehen? Oh Gott, nee, das kann ich mir nicht ansprechen. Sie wissen es nicht, sie werden niemals wissen, was ich gesehen habe. Die Farben, alle Farben, manchmal keine Farben. Und dann kam die Dunkelheit mit dem Gestank. Sie schloss, du mein... Boah, das verreicht das Lock doch schon, dann, weißt du, so mitzumachen. Das ist ekelhaft. Well, Rollo certainly won't be caused any more trouble for a while. Ich muss einfach jetzt hier die, äh, auf der Truhe alle anderen, so komische Siegel den Typen geben. Der ist so, Siegel-Fetisch ist oder sowas, ich weiß nicht, kann ich beschreiben. Okay, ich muss wieder los, okay, ich muss wieder los. Okay, see you about. Nikolai, äh, Nikol, reicht dir ein Wachsiegel verschlossen und du erkennst das Emblem sofort. So, jetzt müssen wir das wieder den Typen geben, den wir gerade gestohlen haben mit dem Gewürz. Ach so, oh Mann, oh Mann. Oh, es ist so eklig gewesen. Fui. Hey, ja, geh doch da runter, Tante. Oh Gott, nee, ey. Das stellt mir alle, alle Haare, ey. Die haben mir gesagt, das ist nix für schwachen Nerven. Ja, eindeutig, also mich juckt es jetzt überall. Also, naja, wir wollen den Zuschauern ja auch nichts vorenthalten. Also, die dürfen schieben, alles. Oh Gott, ey. Das ist eigentlich ein Trick mit den Zuschauern, die haben eigentlich eine Putzfirma. Also, wenn ihr gekotzt habt, wir haben eine Putzfirma, sind sehr billig. Das war eigentlich ein Trick. Oh Gott, ey. Puh. So, und da haben unsere... Unsere, unsere, los, los. Hast du denn die Aufnahme angefangen? Don't you co... What the hell is this, DJ? Also, meine ist schon bei 21 Minuten wieder. Ich wollte gerade sagen, dass ich das nicht vergessen habe, sie wieder anzufangen, die Aufnahme. Nee. So. Ich habe 1 AP, 100 EP in kochen, 150 in Diebstahl, Gewürz, Holz, äh, cool. 5 Fleischkuchen und 2 Extrasierungen für das Goblin-Coulette. Yay. Und es ist so, dass ich es nicht verstanden habe. Und es ist so, dass ich es nicht verstanden habe. Mal gucken, ich bin jetzt kochende 60 Sekunden, Fruchtpunsch und Krabben-Giesel-Kartoffeln in dem Rundheim. Also, was kannst du... Und Diebstahl. Na, warte, ich hab... Ich bin kochend 7. Ah, und Pflanzen können 2 nicht zu vergessen. Ringelgrube. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen fischen. Ja. So, äh, du hast jetzt so... So ein Goblin-Zeichen da, ne? Ja, hab ich. So, klick mal drauf. Ui, was ist das denn? So, das... Roulette, das kriegt man pro Tag. Also, wenn man mitglieds ist, 3 Mal. Ja. Also, 3 Stuche. Wir haben jetzt 4. Ja, und das ist einfach Roulette. Wenn du Glück hast, kriegst du was Gutes. Wo muss ich dran ziehen? Auf den Knopf drücken? Ja. Ich hatte noch nie was Gutes. Ich glaub, das coolste war... ...1000. 1000? 1000 bekommen. Ja, ich auch. Dann auf Preis einfordern, einfordern, dann auf erneut spielen. Okay, Preis einfordern. So, gar nicht. Was ist das? Ähm... Mittlere EP-Lampe. Na, geht's. So, nochmal spielen. Oh, go luck. Oh, Samarok, Götterschwert. Ich hab ne, ne Lampe. Oh. Ich hab jetzt ne kleine EP-Lampe und noch zum Beispiel. Kommt schon. Daddy braucht ein neues Paar. Bandos, Götterschwert. Oh, das ist mein Lieblingsschwert, Bandos. Wo ist das? Bandos? Also, bei mir. Das könnte ich gewinnen. Also, Bandos, Götterschwert. Bei mir ist das. Das ist mein Lieblingsschwert. Aber Bandos ist mein. Favorit. Boah, 200 Millionen, ey. 200 Millionen, boah, das war Mann. 50.000. Echt? Aber alles. Okay. Gib mir, Jay, gib mir 10 Minuten und ich hab. 18 Minuten, so lange, gib mir 2 Minuten und ich hab. Ja, sagen wir mal 800 K. Okay. Äh, was haben wir denn so schönes? Stahl langschwirrt, 5000 Punkte. 20 große Knochen. Boah, die großen Knochen sind doch gut, ne? Bandos Stiefel. Hier, Bandos Stiefel. Oh, Bandos Stiefel. Oh Mann, ich möchte endlich Bandos machen. Ich, oh, ich und Bandos sind Erzfeinde. Nur ich möchte seinen Lut haben, seine Rüstung. Diesen scheiße teuer. So. Ich mach dann auf Angriff die EP-Lampen. Und Level 4. Oh, nee. Wieder eine EP-Lampe. Ach, Mann. Naja, egal. Aber EP-Lampe. So, und ich bin jetzt Angriff-Level. 150.000 hab ich, juhu. Hey. Jay, ich hab gehört, wie man mit der Hälfte, ne? Ja, klar. Teure gelaufen. Sag mal hier, die mittlere EP-Lampe ist für? Mittlere EP-Lampe einfach EP. Du kannst fett, also aussuchen, wo du Dings machen willst. Soll ich das schon benutzen? Ich bin jetzt auch Level 5. Mach. Ich hab gemacht. Ja, aber für was? Was hast du denn genommen? Angriff. Dann kann man unsere Waffen drehen. Ja, du musst dir überlegen, was du machen willst. Vielleicht willst du ja Agia werden. Kein Mage. Oder Fernkämpfer. Nee. Okay, ich mache dann auch Angriff. Was ist mit Lebenspunkte? Lebenspunkte, das trainiert sich von alleine. Da würde ich nicht drauf machen. Okay, gut. Das trainiert sich von alleine. Lass mal zur Bank mein Inventar mit Müll zu. Also ich stehe. Schon bereit. Okay. Okay. Warte, ich guck mal kurz an... Ich guck mal kurz... Ach, erst bei 35%. Ich stehe. Das kann ja noch dauern. Ich suche die Bank jetzt. Ja, das mit dem 50K war Hammer-Neuss-Ein-Spieler. Ja, ne? Ich gehe mal 200K. Äh, 300 Millionen kriegen. Oh, da waren es für... Ich glaube, wir sind 50 Millionen oder 500 Millionen. Ich weiß nicht, irgendwas war da gerade. 200 Millionen kann sein, dass das höchste... Das war ja schon richtig... Oh, warte, warte. Ich mache eben kurz den... Hier, Troll, Warpitz. Ja. Tschomm. Ich mag die Wuchtklinge, die ist wie das Bandbeschwert. Die Speziale. Und wie oft kann man das also... Dreimal am Tag kann man das machen? Ja, dreimal also drei... Ja, doch dreimal am Tag. Ich sag mal, Drehungen hast du. Ach so, jetzt können wir heute nicht mehr. Ach, schade. Aber morgen wieder. Ja, okay. Ja, warum haben wir gestern nicht gemacht? Ich weiß nicht, ich hab's völlig vergessen, aber es ist so schlimm. So, okay. Hast du einen Umhang gekommen? Ah, nee, das brauchst du nicht. Nee. Ich hab hier ne, äh, teure Gewürze. Brauchen wir die? Die kannst du anziehen, dann ist das Essen, was du benutzt, um 10 besser. Ach so. Also kriegst du 10 extra Lebenspunkte. Äh, okay. Sonst brauch... Also ich hab jetzt die Schleuder, diese, äh... Taschenachst, Essen und die Gewürze dabei. Mehr brauchen wir nicht, ne? Ja, die Gewürze kannst du anziehen, das ist ein Amulett, so gesagt. Hab ich an. Die Schleuder und Taschenachst nehme ich mit. Die Schleuder um Fernkampf machen. Und die Taschenachst um... Kriegt man hier Messer drin. Ich hab nur 1.500 Gold. Hat's richtig schlacken. Ey, die Knochen mitnähen. Wo geht's hin? Was machen wir jetzt? Äh, warte. Ich guck mal hin. Äh, warte. Als nächstes müssen wir... Ja, oder, äh, warte. Wie lange machen wir unsere Partie jetzt? Auf jeden Fall keine Stunde, das ist, glaub ich, zu lang. Äh, warte, ich guck mal, wie lange wir eigentlich aufnehmen, so. Ja, fast ne halbe Stunde schon. Fast ne halbe Stunde. Sollen wir immer halbe Stunde Parts machen? Nee, also ich nehme grad halbe Stunde auf. Also sollen wir dann hier im Cut wieder machen? Ja, gut, dann machen wir hier wieder einen Cut. Und dann machen wir auch gleich wieder weiter. Warte, jetzt mach ich das mal zum Schluss. Ui. Hau da. Ach, ich hab dieses Ding und ich. Ach, schaut mir drauf. Ui. Ja, äh, dann... Mach da mal die Schlussworte. Joa. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Let's Play... Runescape. Runescape, genau. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Mehr Spaß habt ihr natürlich, wenn ihr selber spielt, ist ja ganz klar. Ihr könnt uns gerne adden. Ja, nicht nur adden, sondern, äh, anschreiben, wir können auch zusammen zocken, ist ja auch kein Thema, ne? Da macht's auch noch ein bisschen Spaß. Ja, abonnieren, kommentieren, liken. Das ist, das ist Herr Tutorial-Like, Jay. Sowas machen, ich dachte, zut nur ein, Herr Tutorial machen. Na, ja. Juck mich nicht. Ja gut, okay, dann viel Spaß bei den nächsten Videos. Man sieht sich. Ciao. Ciao, ciao.